ja hallo michael kotze der rucksackunternehmer willkommen an diesen fantastischen nacht zum besten video aller zeiten heute verdienen wir wieder geld 10 dollar mit paypal in vier minuten und so weiter ich bin echt mal gespannt 32 daumen runter 616 hoch ist gut 5000 auf wui du bist auf dem kanal money uncut von michael kotze wir schauen uns mal englische taktiken an was wollen in amerika womit verdienen die geld gibt es da neue trends können wir das auch umsetzen und damit geht okay abonnieren und die glücke nicht vergessen um kein video mehr zu verpassen keine fähigkeiten kein investment für mich gut genau das richtige they're any chance well five dollars might look very small but they add up very quickly and you can expect to see your balance growing every day in fact there are many people worldwide you are currently making a hundred up to five hundred dollars or more per day with this secret strategy and they're just normal average everyday people but they've taken up on this opportunity on this brand new trend Jetzt bist du in Glück, weil du auf dieses Video klickst, und wenn du das jetzt sehen wirst, wirst du einen dieser glücklichsten, um zu lernen, über diese secretstrategie zu lernen und du bist einen Schritt vor, von anderen Leuten zu lernen. In diesem Klick-Video zeige ich dir alles Schritt-by-step, inkl. wie zu einer freien Demo für ein Beispiel, als Beispiel. Okay, Schritt-by-step ist es wichtig. Ich habe da schon reingelinkert. Das ist interessant. Kann man mit was machen, ja. Aber es gibt natürlich auch schon viel Konkurrenz. Also, zum Beispiel, einige Bonus-Tipps exklusives, um zu earn double money faster zu earn. Also, bitte, stay tuned und watch until the very end. This will be an easy way to make money online in 2021. I'll show you the best and greatest platforms to be used to earn money real quick. If you're interested, stay tuned and watch the video until the end. And, before we get into this brand new content, we release new ways to earn money online daily and make sure you finish watching the video and stay tuned whenever we drop a new method and be one of the first to have a chance to try it out. Leave a like and comment below. It will help us with the YouTube algorithm and we will reach more... Okay, es sind auf jeden Fall ein paar tolle Videos dabei. Sollen wir uns die auch alle angucken? Aber nur, wenn du mich abonnierst, dann unten like da lässt. Dann sagen wir mal so 20 Likes. Dann schauen wir uns hier noch ein paar andere Videos an. Sag mir mal, welches Video du haben möchtest. Ja, es sind ein paar interessante Themen dabei, oder? More and more people. Now, before I show you everything, if you like this type of content and wanna see more, please support my channel by giving this video a thumbs up below. And if you wanna be notified whenever I upload a new video, click on that red subscribe button and turn on the notifications, you'll be notified whenever I upload a new video. With that said, let's get right into the tutorial. Okay, so first up, I want you to go to this website right here. So basic... Also Pixels. Das ist ne coole Webseite, ne? So ein bisschen gutes Material öfters, ja. Is schon lange kein Geheimtipp, man, glaube ich, oder? Sondern du bist echt neu und du hast noch nie ein Geld verdient Video gesehen, aber die Seite ist echt gut, ja. This website, you can look for different photos and different pictures that you can download for free. Now, I want you to go and search for this keyword, which is black and white photos. I want you to take a look at all of these photos right here, which is in black and white. There are no colors in these photos, and this is exactly our opportunity to make money online using all of these black and white pictures right here. By the way, this website we're using is called Pexels.com. Now, let's go into this website. So basically, on this website, you can colorize your black and white photos. So, say for example, if your photo is in black and white, just like this one on the left section here, you can use this free website to turn these black and white photos into colored ones. And this right here can help you to make money online. Okay. Also, wir bieten uns vielleicht eine Fotodienstleistung an, ne? So, right here, when you scroll down below on this website, you can see over here, upload a black and white photo. and you can change a black and white photo just like this right here and turn it into a colored picture just like this. Okay. Also, wir werden eine Fotodienstleistung anbieten, dass wir Fotos colorieren, oder? Ja. Like this. And then you can sell them for $5, $10, $20 just by doing that for free on this website. So, I want to show you a quick demo on exactly how to do this. I'll show you a couple of websites where we can sell the service to other people and start making money. When you scroll down below, you want to click on this colorization factor where you can choose whatever you want here. Then click on this button to select the photos which should be black and white. So, I'll go ahead and click on this button right here and I can now upload photos on this website and remember, you can do this on your phone as well. So, right now, I'll select one of these photos and I'll begin to upload these black and white photos on this website and as you can see, the original photo is actually a black and white photo. Now, this free website is pretty awesome. You can actually put colors on these photos, so as you can see. Ja, es ist aber die Frage, wenn du so eine Dienstleistung anbietest, ob es das nicht vielleicht ein bisschen besser machst, ähm, mit einem Tool, ähm, Photoshop oder sonst was. Hm, aber das Ergebnis sieht gar nicht schlecht aus, oder? Hm, ja. Also, mal gucken, wo verkaufen wir das? Bei Fiverr oder so? Here, now, we can directly compare and you'll slowly see that these pictures are actually having colors from a black and white photo. This is really awesome with just one click of a button, simply upload photos and you can do this for free without any experience on this website. Now, the next thing that you want to do is download the results by clicking on this download here. Now, as you can see here, I started to download these photos on my computer and again, you can do this on your phone. So, real quick, I'll just click on these photos to show you. This is the end result and I've successfully turned the black and white photos into colored ones and I'm able to download them for free on this website and I don't need to pay money at all. I don't even need to sign up for an account. So, this is a really good opportunity for you. So, just go ahead and download these pictures right here with just a few quicks of a button within a few seconds. So, that's the first thing that you can do, which is actually coloring pictures using this website called hotpot.ai. Okay, auf jeden Fall, das merken wir uns, oder? Werden wir mal ein... Aber wann hat man schon schwarz-weiß Fotos, ne? Die man halt coloriert haben möchte? Hm, vielleicht so alte Fotos oder so. And again, make sure you keep watching this video, because I'll show you where you can make money online using the service and taking advantage of this website. If you guys are enjoying this video, don't forget to smash the like button and subscribe to... Ah, hab ich dir eigentlich schon, wenn wir schon mal dabei sind, also wir wissen jetzt, wie wir ein Foto farbig machen. Exklusives Videotraining am 2.10. Und ich lage dich recht herzlich ein. Du kommst zu dieser Seite, erster Kommentar. Erster Kommentar ist der Link. Und da kannst du dich für das Gratis-Webinar anmelden. Es ist live mit mir und ich zeige dir halt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich es geschafft habe, ein neues Online-Business aufzubauen in 38 Tagen und über 6K zu verdienen. Kein Scherz. So, das ist in dieser Präsentation. Es ist 11 Uhr. Es ist live. Tickets sind begrenzt und du brauchst einfach nur draufklicken. Fertig ist das. So, wir schauen mal weiter. Wo haben wir jetzt hier? Wir waren ja bei 10 Dollar. Okay. Okay. Die Seite habe ich auch schon gesehen und so. Da kannst du die Backgrounds raus rechnen. Übrigens Canva ist dafür auch ganz gut. Also, ich finde das ist so geil. Was ist das vor 10 Jahren für Arbeit war, so eine Person auszuschneiden und so. Und heute bei Canva, bam bam bam. Boah, ist das cool. auch so die haare und das glätten und so weiter oder auch so ein paar falten beim tisch da das ist so schwierig so lasso und keine ahnung was man alles benutzen musste früher es an all the backgrounds so once you use the software and this website right here you can actually remove the background and leave just the girl and the guy right there this is exactly how you can remove the background using this new opportunity so now go back and click on this blue button right here to upload an image and right here again i'll just use this as a quick example as you can see here by just one click of a button i've uploaded the original photo on remove that bjn this will automatically remove the background go ahead and click on this blue download button as you can see i can begin downloading this without even creating an account without spending a single dime on this website and again you can do this on your computer or you can do it on your phone it doesn't matter now i want to show you a couple of websites you can use to make money using those services the first one is fiverr.com once you come to this homepage you can type in a keyword which is colorized photos and then you want to press on the search button right here and then you can come onto this page you'll see different people from all over the world so das siehst du auch schon wobei hier vorne für 10 dollar starting ja so ein foto mit ganz vielen rissen drin und so ja das ergebnis natürlich noch mal was anderes ne also klar kann man damit echt gut geld verdienen also du bietest diese dienstleistung an hast diese online tools und sagst hey für 10 dollar bearbeite ich dir die fotos vielleicht sogar 235 fotos oder so oder hier vorne ist jemand der 30 ich will gerade gucken 505 dollar ok oder 110 für 5 das ist natürlich schon ein bisschen ja die preise natürlich schon im keller weil das einfach so einfach geht aber dass man mit sowas mit so ein service geld verdienen kann definitiv und ich würde es vielleicht noch nicht nur bei fiverr reinmachen weißt du was ich machen würde vielleicht so einen test machen in mittwochs zeitung kleinanzeigen ebay kleinanzeigen und so weil bei fiverr gibt es sehr viel konkurrenz leute die das ja günstig anbieten und so aber vielleicht auf dem deutschen markt bleiben und einfach mal gucken und das dort anbieten das macht vielleicht sind vielleicht auch eine webseite machen oder am blog und so mit den tipps mit den keywords foto freistellen ich weiß nicht wie hoch das suchvolumen musste man echt gucken weil so eine dienstleistung fotos freistellen oder foto bearbeiten alte fotos bearbeiten punkt de oder so oder keine ahnung was und dann diese dienst als gut anbieten glaube ich ein bisschen hast du nicht genau diese konkurrenz von fiverr und musste ich mit irgendjemandem bangladesh rum ärgern und so der ein viel günstiger arbeiten kann feil das leben in bangladesh kostet nur ein zehntel wie in deutschland oder so ja also wer kann es auf jeden fall machen hat er hier noch eine andere plattform wo du das verkaufen kannst also er rechnet jetzt sie aus wenn zu viele leute kann es gibt aber sehr viel konkurrenz ne also solltest du ja nicht unterschätzen auch hier die fotos freistellen produktfotos also wenn jemand einen onlineshop hast und du stellst die produktfotos frei oder machst auch produktfotos das ist schon ein gutes business wie viel onlineshops kommen raus und der eine oder andere möchte vielleicht einzigartige produktfotos haben und die freigestellt haben barmen also ich hätte das früher und es war echt teuer teilweise so 80 90 euro vom foto freistellen ja also das ist eine coole dienstleistung damit kann man geld verdienen werde ich würde ihnen das nicht um die frei wahrnehmen aber vielleicht bei ebay kleinanzeigen oder so reinsetzen oder vielleicht bei anderen kleinanzeigen wenn das jemand sucht hier fotos fotos bearbeiten berlin und so und findet dich ist das ein besserer tipp du hast auch nicht so viel konkurrenz mein name ist micha kurzer ich bin der rucksackunternehmer erste link auf jeden fall gratis training abgreifen und ich bin raus wie findest du das video schreibt gerne einen kommentar und du hast natürlich abonniert oder hast du abonniert ja klar ich bin raus